Die beiden Erzraffinarien da hinten würde ich mir nämlich auch gleich noch holen. Danke, Kommandant. Die Fresse. Für die so entschlossene und meisterliche Bekämpfung meiner Feinde. Aber nun tut mir wirklich leid, sind sie für mich nicht weiter zu gebrauchen. Sie wissen entschieden zu viel und sind eine Gefahr für mich und für die Zukunft der Sowjetunion. Das werden sie doch hoffentlich verstehen. Ich sage nicht, das weh dann ja, Kommandant. Denn ich kann Ihnen versichern, dass wir uns nicht mehr wiedersehen werden. Versehen vom Brüsten. Ja, da hat er auch recht. Wir versuchen ihm jetzt den Arsch. Ich verstehe das nicht. Der Premier hat den Verstand verloren. Meine Loyalität gilt Ihnen, Kommandant. Zum Wohle des sowjetischen Volkes. Legen Sie ihm das Handwerk. Brüste. Ja, wenigstens sind, ich wollte es gerade sagen, wenigstens sind die Brüste auf zwei Beiden auf unserer Seite. Ja. Ja, das ist fantastisch. Die Folgen ist, ich habe noch ein Sputnik übrig. Ich schicke den gleich mit dem Twinblade rüber zu den beiden Erzraffinerien da hinten. Okay. Ab, ab. Ich bin heute spendabel. Die Luftwaffe des Volkes. Bringen wir es hinter uns. Machen wir einen Besuch. Wammut, Panther. Äh, ab, kommst du mal nicht. Sorry. Repariert. Wir sind ja ja nicht in aller Wigieboden. Wird gebaut. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wir sind der Wille der Sowjetunion. Okay. Wohin geht die Reise? Eine, du eine, ich. Die Gegend scheint sicher zu sein. Äh. Sputnik steht gleich. Bau abgeschlossen. Steht. Wo steht er? Bei den zwei Erzraffinerien. Ich bin da sind. So. Ich habe übrigens eine Panzerwerkstatt eingenommen, das heißt unsere Panzer sollten sich selbst heilen. Bau abgeschlossen. Unzureichende Mittel. Jetzt wird gesammelt. Äh, da. Ein bisschen ist auch noch aufs See, ne? Ein bisschen ist noch aufs See. Der hat auf jeden Fall eine Marine. Kommandant, ich habe eine Überraschung für Sie. Ich würde Ihnen gern meinen neuen Panzer vorstellen. Den neuen Tesla. Unser Verbündeter wird angegriffen. Vorsicht vor den feindlichen Tesla-Panzern. Diese experimentellen Einheiten haben nur wenige Schwächen. Statuieren wir ein Exempel. Wo sind diese Würmer? Feuer aus allen Rohren. Die Befehle sind klar. Nähern uns Ziel. Das reicht. Die Befehle sind klar. Wird gebaut. Hauptquartier. Heute wird abgehört. Ich bin das Ende. Unzureichende Mittel. Instrument der Zerstörung. Wird gebaut. Unterbrochen. Wird gebaut. Turnblade-Inspektion abgeschlossen. Und das Verbündeter wird angegriffen. Alter. Da kommt eine Kirov. Wo? Ich bin näherlich von deiner... Kannst du mal rüberschicken was? Ich habe keine... Ich bin schon mit dem Mix dran. Den Kirov ist down. Da ist ja noch eine Kirov. Wieso sagt mir das niemand? Habe ich jemanden übersehen? Ja, langsam. Hauptquartier. Schaut ihn aus. Ja, verdammt. Das reicht jetzt. Unzureichende Schwer. Unzureichende Inspektion abgeschlossen. Unser Bauhaus wird angegriffen. Darf mich vorstellen, das MBF. Aus dem Weg. Eine Einheit wird angegriffen. Das wird großartig. Okay. Errettet die Arena fort. Neue Bauoptionen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Da ist kein Erzsammler mehr. Wir warten. Mingjäger. Alles unter Kontrolle. Die Fahrer-Idee melden. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Rücke vor. Wird gebaut. Abgebrochen. Wird gebaut. Swimblade-Inspektion abgeschlossen. Langleber-Russler. Schauen wir mal, ob wir die Twinlades dahinten kaputt kriegen. Feinde gesichtet. Suchen nach Zielen. Mal sehen, was wir können. Der Träbstoff reicht. Überlassen Sie das mir. Alles unter Kontrolle. Jetzt wird gesammelt. Ziel wählen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Inspektion abgeschlossen. Eine Erzmine ist in Kürze ausgebeutet. Unterbrochen. Unzureichende Mittel. Ziel wählen. Was sind sie? Bau abgeschlossen. Ziel betreuen. Sehr wohl. So. Kirov Teppich ist unterwegs zur Vakuumbombe. Wer will Ärger mit mir? Abgeschlossen. Keine Gnade. Eine Einheit wird angegelt. Verstanden, Hauptquartier. Die Rache naht. Sie werden alle rennen. Kampffreigabe erteilt. Damit sehen wir das Ende. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wir warten. Eine Einheit wird angegriffen. Sehr gut. Es wird Zeit. Ich bin das Ende. Wir werden sie begraben. Der Tag ist gekommen. So beginnt es. Sämtlich. Ich bin das Ende. Löschen Sie aus. Eine Erzmine ist in Kürze ausgebeutet. Eine Einheit wird angegriffen. Niemand kann uns stoppen. Sehr gut. Wir werden siegen. Sie werden alle rennen. Sagte der, äh, sagte mein Schiff gerade. Wir werden siegen. Wir werden sie begraben. Einheit verloren. Er hat bestimmt gerade die Gnade im Siegen. Sehr stimmt. Erzmine ausgebeutet. Beenden wir es. Du solltest von dem Superreaktor weggehen, wenn der gleich explodiert. Wo ist, wo, wo? Ich bin gerade mit meinem Seedrück unterwegs. Ja, ja, deswegen erwarn ich dich. Vakuum-Bombe ist gleich kaputt. Ich verliere zwar dabei ein paar Kirovs, aber das ist mir auch schon egal. Weil die Vakuum-Bombe ist wichtiger. Gehen wir da weg. Eine Einheit wird angegriffen. Das Ende ist nah. Einsatzziel erreicht. Das war's. Konzentrieren wir uns jetzt auf die geheime Vulkan-Festung des Premiers. Tut mir leid, Kommandant. Aber mich kann nichts und niemand aufhalten. Und besonders so ein Narr wie Sie nicht. Die Festung des Premierministers scheint in dem Vulkan zu sein. Die Festung ist gut gesichert. Wir müssen drei wichtige Sekundärgebäude zerstören, um sie zu deaktivieren. Unser Verbündeter wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Der Tag ist gekommen. Wir werden sie begraben. Erdmine ausgebeutet. Jämmerlich. Kennen wir uns? Wir haben einen Besuch. Einheit verloren. Eine Einheit wird angegriffen. Er kann ja schon gar nichts mehr machen. Wir wissen, dass Sie hier sind. Der Tag ist gekommen. Ja. Supermagnetischer Satellit bereit. Aber ich kann mit meinen Panzern auf der Leitung nicht. Immer noch Apokalypse-Tanzer. Hä? Ich mag halt, dass das Mord Mammel-Tanzer war. Ich mag Mammel-Tanzer. Ne, was ist ein Problem damit? Niemand kann uns stoppen. Aus der Bank. So, ich habe schon am Fahrzeug noch Kirov in die gerettet. Oh, ja, danke. Ich habe die gerade nicht so wirklich im Blick. Ich bin da gerade eher noch beim Ding kaputt machen. Wer ist noch übrig? Nein. Eine Einheit wird angegriffen. Ich mache da hinten gerade noch ein bisschen was kaputt. Ich habe das letzte Wort. Instrumente zerstört. Das Ende ist nah. Ja, fahr dahin, Wolfbox. Sehr gut. Unser Verbündeter wird angegriffen. Aus dem Weg. Heute wird abgerechnet. Eine Einheit wird angegriffen. Sehr gut. Einheit verloben. Sie werden alle rennen. Kirov melden Sie. Hauber hilft. Beenden wir es. Diese Narren. Okay. Macht sie gleich Platz? Ähm. Wir warten. Ich bin da unten gleich fertig. Ultramagnetischer Satellit bereit. Den Rest müssen wir aus der Luft machen dann. Ich weiß. Ich habe auch keine Luftwaffe-Base. Du hast wahrscheinlich den größeren Kirov in der Pischung. Boah, so einigermaßen wie viele Kirovs habe ich gerade. Ich habe gerade sieben. Dann. Ich brauche noch ein paar Schwimplätze noch zu zweitem Gang. Damit ich auch an den, an unseren nur reichen Sieg teilnehmen kann. Ja, ich räume ja sowieso noch den Rest auf. Habe ich jemanden übersehen? Eine Einheit wird angegriffen. Den Rest nicht in Statuen kann man hier noch wegblicken. Die Apokalypse ist unabhängig. Eine tote Leben sogar auch noch. Ich bald bin ich ein Fliegerass. Springen wir es hinter uns. Kirov meldet sich zum Tieren. Die Rache naht. Ha! 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 Also, ich war jetzt ungesissen, deine, deine Kirovs zu retten, dass ich glatt in den Rombiekeppich reingelaufen bin. Ich schneide ihm mal eine von seinen Erz-Rafinarien dahinten. Na, im Moment kann man die dahinten auch noch einnehmen. Habe ich noch irgendeinen Trin-Blade? Hat er abgeklingelt? Nö, die klingel ich nicht. Nee. Musik ist nicht so laut. So. Die Musik ist geil. Machen wir einen besuch. Da schreibe ich mal das. Gibt's irgendwas, was man easy verstören kann hier? Mit einem Orbitalangriff? Ähm, du kannst... Er hat da oben noch ne Luftwaffenbasis, glaub ich. Ich ziel mal da drauf, ich ziel auch da drauf. Mit meiner. Okay, warte mal, ich guck mal. Er ist verschickig. Ganz hinten die Luftwaffenbasis, wenn du kaputt machen würdest damit. Eine Einheit wird angegriffen. Eine Airplane ist in Kürze ausgebeutet. Grimedek wird dann autorisiert. Ja, mach ich. Unser Verbündeter wird angegriffen. Okay, Meira kommt auch mit drauf. Ziel werden. Ich hab nebenbei nur noch mal deine Schiffe gerettet. Ich bin heute spendabel. Ja, da ist ja noch ne Statue. Die Statuen sind Tesla-Spulen. Ja, ich brauch schon malen, warum drück ich Escapes. So, jetzt sind keine Statuen mehr da. Er kann... ...keine Einheiten mehr produzieren. Was ist mit seinen, äh, Luftabwehr? Kann er die jemals benutzen? Der hat kein Strom mehr, ne? Äh, Strom hat er glaub ich noch. Ich weiß zwar nicht woher, aber ich glaub der hat einfach was. Ich weiß echt nicht woher der Strom hat, aber ich hab ihm alles kaputt gemacht, was irgendwo an Land war. Super-Reaktoren hat er eigentlich auch keine mehr. Ja. Oh, der hat, der hat da oben erneut noch zweite Luftwaffenbasis. Die hab ich gar nicht gesehen. Eine Einheit wird angegriffen. Ich habe etwas für den Feind. Aber jetzt kein Problem, meine... ...beiden Wolfbox machen seine Mix locker platt. Sind an Alarmbereitschaft. Wo sind diese Würmer? Fliegen wir los. Wo ist unser erstes Ziel? TwinBlade. Kirov meldet sich zum Erlons Ziel. Die Befälle sind klar. Wollen wir die Reise? Nicht mehr weichen. Feindliche Einheiten entdeckt. Wollen wir unsere Punkte noch ein bisschen pushen? Er ist nie mehr ausgebeutet. Fliegen wir los. Dann warten wir kurz. Oder machst du das? Ach, du machst das schon? Hm? Ach so. Ich war nämlich grad dabei, einen Sputnik zu bauen. Der Meiner ist schon unterwegs. Ja, hab ich grad gesehen. Ja, ich hab die Erzraffinerien da hinten extra mal freigeräumt. Unser Verbündeter hat angegriffen. Hallo? Hier lass ich mich nieder. Der hat da hinten noch eine Luft. Was darf es sein? Was haben wir denn da? Bau abgeschlossen. Oh, er hat keinen Strom. Wird gebaut. Warum warten wir dann noch? Aber warte doch, die Raffinerie aufgebaut. Eine Einheit wird angegriffen. Ich bin mir nötig. Bald. Also meine Kirovs sind unterwegs. Hilfe! Bei dem Weg! Hilfe! Bei dem Weg! Hilfe! 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 Mach! 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 Du Scheißvieh! Eine Einheit wird angegriffen. Eine Nix sind schon da. Ein Festungsgebäude zerstört, bleiben noch zwei. Ein Lauf meldet sich zunächst. Heute wird abgehört. Wohin jetzt? Unser Verbündeter wird angegriffen. Zwei Festungsgebäude neutralisiert. Fehlt nur noch eins. Nein, nein! Ich muss ums Verrecken siegen! Ich bin der Premier! Das ist meine Zeitachse! Das mit dem Verrecken lässt sich einrichten. Ja. Ich bin der Verrecken. Ich bin der Verrecken.